Hallihallo Hallöchen, wir spielen wieder Snowrunner. Wir sind noch in der Tiefebene. Mittlerweile gibt es schon wieder neun Seasons, globale Karte. Und genau, da schauen wir dann demnächst auch mal noch rein. Wir wollen jetzt aber erstmal hier den Lastwagen wieder aufstellen, den ich das letzte Mal umgekippt habe, wo ich doch das Material abholen wollte. Eigentlich wollte ich die Winde anbringen. So, dann schauen wir mal, ob wir die Chance haben, den aufzustellen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Done. Okay. 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 So, Frachtkraftstoff brauchen wir. Wir wollten eigentlich Fahrzeugteile holen. Und, äh, Ziegel oder so bekomme ich hier nicht. Wir lassen den mal hier stehen. Und wechseln zum Truck. Bisschen lädiert ist er. Und jetzt muss ich da noch meine Fahrzeugteile bergen, würde ich sagen. Wenn das so funktioniert. Äh. Okay. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 Uh oh. Es ist schlecht zu sehen. So, runter. So, draufstehen tut es auf jeden Fall. Schauen wir mal noch das andere Teil hier. Lichter. Ja. Mhm. So, jetzt dann. So, jetzt dann. So, jetzt dann. So, jetzt muss ich das irgendwie noch da rauf bekommen. Meine Güte. Äh, senken. Ja, so ist nicht gerade optimal. So, jetzt schauen wir mal. Die Fracht. So. Das ist schon mal gut. Das ist drauf. Wir müssen den Kran noch herstellen. Kran wieder herstellen. Äh, Stitzen sind schon drin. Okay. Gut. Dann können wir eigentlich los. Jetzt ist die Frage, ob wir die andere Kiste da auch noch aufladen oder ob wir die gar stehen lassen erstmal. Ich weiß nicht. so wir müssen gerade noch was schauen fällt mir nämlich dazu ein fahrzeugteile wenn wir erst mal auf der karte gucken ist ja nicht irgendwo die tankstelle gewesen wo sind wir eigentlich tankstelle ist da vorne wir fahren an der tankstelle vorbei und dann gucken wir mal ob wir da noch kraftstoff mitnehmen können und dann können wir mit den anderen lkw aufrad mit kraftstoff beladen und das auch mitnehmen dann fehlen uns nachher bloß noch ziegel aber hier kann man erst mal noch nichts machen so wie das aussieht hier stimmen auf jeden fall noch die kraftstoffpreise so was ich nicht weiß ob es da unten vielleicht ziegel gibt so wir müssen noch mal auf unserem plan schauen was haben wir jetzt eigentlich wir reparieren die werkstatt das muss ja irgendwo geschrieben sein aha das wäre eigentlich das da ok dann wollen wir mal gucken kraftstoff kriegen wir fahrzeugersatzteile ziegel lagerhaus lagerhaus ok scheint nichts in der nähe zu sein gut dann müssen wir heute weiter so mittlerweile wird es auch hell 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020